Sag mal erst! Wollt ihr mich verarschen? Hmm, lustig. Keiner wollte den Karsten haben. Den haben wir abgestoßen. Als andere Team. Den machen wir als erstes fertig. Leck mich am Arsch, echt ey. Noch wieder diese Karte. Ach ja. Die Schlacht beginnt. Wenn ich V. Leck mich am Arsch. Ich bin jetzt aber lustig, Alter. Wir fahren anscheinend ins Gegenteil. Ne, komm zu mir. Mike, wir fahren nicht da hin. Ich gegen den Rest des Clowns. Ist halt nix neues. Wem haben sie rausgenommen? Ja, ich hab's noch gelesen. Wieso aggressiv, mein Junge? Ja, ich mein Andi. Andi kommt raus. Achso. Alles klar. Aber wie kommt, dass Andi mal die jeden Bock genommen hat? Keine Ahnung. Handstifter. Ich glaub, der will Citas bei dir machen. Ach tsch. Ich auch. Weil ich jetzt schon Bock da aufs. Aber ihr wisst schon, dass ich so Torpedos hab, Radar habe, ne? Nibel habe, echolot. Ja, also Torpedos bringen dir auf zwölf Kilometer auch nix. Ach. Ach. Ja. Mädchenstimme, ne? Haben die jetzt hier, äh... Ich bin auch ein Mensch, okay? Ich bin ja gespannt, ob sie die Torpedos von den Deutschen auch machen und Reichweite erhöhen. Langsam Zeit. Das haben sie ja gesagt, ne? Das wollen sie bei allen Schiffen ja anpassen, yes. Wollen wir mal hoffen, ne? Genau wie Radar und so. Also soll alles angeglichen werden, dass irgendwie alle die gleiche Werte bekommen. Bald kommt der Stimmbruch. Hoffe ich. Bei dem ich den Stimmbruch würde ich mir keine Sorgen machen. Von Lächer-Teilchen. Ja echt, ey, du bist so voll aggressiv gepoolt hier auf einmal. Ja, ich schreib das in Chat A und R. Er rastet hier wieder aus. Ich hab Litten schon genommen. Wir treffen mich hier alle nicht. Wir sind alle so viel, Alter. Ja, oder doch? Ich hab hier schon mehr was getroffen. Mir doch wurscht. Ich bin vielleicht tot, wenn du so weitermachst. Ja, ich hab... gleich eine Stelle gekriegt gehabt. Da ist mein Lichter, Wurschester. Was denn? Ja, bleib offen. Bleib offen. Fackel mich ruhig ab. Ja, hab ich doch. Ach, ach, kacke. Wo kommen die Tupedos denn her? Ja. Von mir? Na, nis klar. Ich hab meine kleinen... China aus... L... 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 Gingau. Oh, kacke. Die Fohlen, die sollen... die sollen mir da rausschicken, die Scheiße. Keine Reichweite... Scheiße. Kacke. Ich bin wieder fast tot. Achtung! Melde Zielposition! Alle Stationen sind in der Position eines strategischen Ziels. Alle Stationen sind in der Position eines strategischen Ziels. Hallo, ich bin im Nebel. Was soll das? Und du brennst schon wieder. So eine Sünde. Und der killt mich auch noch. Da hat er bluck gluck 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 gemacht. Was seid ihr denn auch da hinten? Was hast du denn? Du bist ja auch mal aggressiv. Ja, wir haben die richtige Richtung angesagt, Felix. Nur die wollten nach A fahren. Das war völlig verkehrt. Ach du kacke. Du ahnst es ja nicht. Auja. Kommt mal weiter so. Du gehst ja nicht. Du gehst ja nicht. Arsten. Nicht ein drehen. Arsten. Was denn? Einer trifft mich so. Einer trifft mich so. Und es geht doch nicht. Okay. Das wird der Hammer jetzt gewesen. Ich sehe echt, ey. Höhlenwurf. Wasser dringt schnell ein. Okay. Okay. Problem gelöst. Unser Team hat die Führung überlaufen. Das ist ein wichtiges Gefecht. Ich suche das Rumpf. Oh Gott, hier ist wirklich schlimm. Did you enjoy London? And you're staying... ...Hitman? Och Andi, fuckle doch mal ab jetzt. Das ist der Feige hinterm Berg und im Nebel. Wer? Wer denn sonst? Nein. Ich bin nicht hinterm Berg. Ich feige das halt offen rum. Der Nebel ist doch von euer Shimakase. Definitiv, ja. Ja, ja. Ich bin ja kein Feige. Ich nehme das hier gerade erst auf. Dann kannst du uns das anschauen, ja? Ich bin die ganze Zeit hier in Bewegung. Damals wollt ihr mal nicht was einnehmen da jetzt? Das ist so anstrengend, ey. Was denn? Ähm. Ja. Ja. Das ist so anstrengend, ey. Das ist so anstrengend. 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 Ich weiß, dass es so anstrengend ist. Das ist so anstrengend. die maler schaden aber die torpedos scheinen schneller geworden zu sein von den deutschen das weiß ich nicht durch ein paar bilder aus england aber da könntest du ein paar zeigen das gefällt mir Da haben wir noch Pinguine drinnen. Ja, ich mach ja gar nicht da rein. Achso. Was soll denn sein? Cochita Wurst oder was? Ach du Scheiße. Jawoll. Ja, Mann. Wir haben es euch hier gegeben. Ja, ich muss jetzt Chiffy. Willst du machen? So. Oh, das Swipe diesmal. Nicht schlecht. Aha. Oh, 321.000 gemacht. Oh, nicht schlecht.